Ich war einmal in Deutschland und da bin ich eines Abends auf die Straße gegangen. Ich hatte mein Holzschwert dabei und ich wollte mit diesem Holzschwert in einem Park Übungen machen. Da war es wirklich ganz leer und dunkel. Vielleicht 200 Meter weit weg war ein Restaurant, aber es war Nacht. Und ich denke, jemand hat die Polizei gerufen, weil ich dort mit meinem Schwert entlang gesprungen bin. Da war aber wirklich niemand da und ich habe dann also aufgehört und ich habe das Holzschwert wieder in die Tasche gesteckt und bin zurückgegangen. Und ich war, lief in einer Straße, da war niemand. Und dann kam da mir ein Auto entgegen und ich dachte, okay, zuerst lasse ich das Auto vorbeifahren und dann möchte ich wirklich ganz schnell loslaufen. Wirklich schnell. Und da war ein kleiner Baum oder eine große, ein Strauch. Und ich stand dahinter und ich habe mich gestreckt, weil das, also ich habe so Bestreckungsübungen gemacht, weil dieses Auto hat mich geblendet. Und plötzlich hat jemand auf Deutsch mit mir gesprochen, also aus dem Auto stiegen eine Frau und ein Mann aus und sie haben ihre Pistole auf mich gerichtet. Weil sie dachten, ich würde mich verstecken, weil sie sahen das, wonach sie Ausschau gehalten haben. Ich weiß nicht. Es hätte auch sein können, dass sie mich erschießen. Das ist wirklich sehr gut möglich. Da sieht man, wie gefährlich das ist. Wirklich sehr gefährlich. Ich habe mir gedacht, wow. Wir sind alle ein bisschen verblendet von diesem Karma, dieses Reden, Reden, Reden. Nachrichten erzeugen immer Karma, Karma. Und überall gibt es so viele Handlungen und das erzeugt so viel Karma. Wir müssen wirklich ruhig werden. Manchmal, wenn man die Nachrichten anschaut oder Facebook oder was auch immer, das ist so, als würde die Welt unter Feuer stehen. Und dann guckst du dich um und da ist alles in Ordnung. Wir müssen doch gleich ein bisschen wieder zurück in die normale Welt kommen. Wie auch immer. Ich habe dann der Polizei jedenfalls gesagt, bitte sprechen Sie Englisch mit mir. Und er hat mir dann auf Englisch alles erklärt. Und er hat mich dann jedenfalls, er hat mir Handscheinen angelegt und er hat dann mein Schwert angeguckt und sah, dass es aus Holz ist und kein Problem. Und ich weiß immer nicht meine Adresse und dann sagte ich, ich kenne meine Adresse nicht. Dann haben sie mich im Auto mitgenommen und ich sagte, ich kann euch leiten, aber ihr müsst wirklich genau so fahren, wie ich das sage, weil ich erkenne den Weg sonst nicht mehr. Und ich lebte aber jedenfalls in einem Haus einer Familie mit Kindern. Und ich war ja gefesselt und ich sagte, bitte könnten Sie mir die Handschellen abnehmen. Nicht, dass die Kinder einen Schock bekommen. Und dann sind wir hineingegangen und dann haben sie meine Papiere angeguckt und dann haben sie auf Deutsch gesprochen. Aber sie sagten jedenfalls, ich habe mich versteckt und ich, nein, ich hatte mich nicht versteckt. Aber die Polizei oder auch Politiker, also all die Menschen, die Entscheidungen treffen, gefährliche Entscheidungen, die müssen wirklich ruhig sein. Du musst ruhig und noch ruhiger sein. Je ruhiger du bist, desto weniger falsche Handlungen begehst du. Wenn du nervös bist, dann triffst du gefährliche Entscheidungen. Eine Handlung, eine falsche Handlung kann die Welt zerstören. Eine einzige Handlung, wirklich. Eine andere Handlung, wirklich. Eine andere Handlung, wirklich. Ganz einismal.